Wenn man nicht weiß, wo das eine Gefühl aufhört, wo das andere anfängt. Dann macht es mir meistens Spaß, weil dann kann ich irgendwie loslassen und ich bin eh ein... Kompakt! Papa, Papa, bitte den hier! Wie sagten Sie heißt denn? Ramses, ist das nicht ein hübscher Name? Bis zum nächsten Mal!